Endgültig entmachtet. Triple H verliert durch personelle Umstrukturierung weiter an Boden. Was ist seine Rolle für die Zukunft? Außerdem, WWE öffnet Forbidden Door zu Impact, Walter ist auf dem Weg in die USA und AEW präsentiert das nächste Debüt. Über das und mehr sprechen wir jetzt bei Hauptkampf. Wir melden uns zurück mit einer neuen Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir wollen einfach mal wieder eure Top-Themen der Woche besprechen. In dieser lebhaften Wrestling-Woche muss man ja sagen. Auch eure Fragen stehen natürlich wieder im Fokus, die ihr uns gestellt habt. Interaktiv an diesem Format teilnehmen könnt ihr als Supporter auf Patreon unter patreon.com slash spotfightpodcast. Ich kämpfe mich ja hier aber nicht alleine durch, sondern habe natürlich tatkräftige Verstärkung bei mir. Und zwar in dieser Woche von unserem Zahlen- und Datenexperten, dem Nico, der auch neben seiner Affinität für Ratings und Co. ein kluger Wrestling-Beobachter ist und deswegen ist er heute hier. Liebe Grüße in den Süden. Hallo! Hallo Tobi, es freut mich hier heute mal wieder zu Gast zu sein bei Hauptkampf zum dritten Mal. Es ist wieder einiges passiert und es freut mich, mit dir hier heute über die aktuellen Themen und Geschehnisse zu sprechen zu dürfen. Kein Rating-Thema. Heute in unseren Hauptblöcken verkraften wir das, Nico. Ja, also ein paar Sachen kriegen wir vielleicht noch runter, aber ich denke, es ist einiges, ich denke, es ist einiges anderes auch passiert mit Impact, mit AEW. Der Roster wird immer voller. Einige andere Sachen. Der Rumble steht an, WWE geht Richtung Road to WrestleMania. Also es gibt genug andere Themen, über die wir, glaube ich, auch genug reden können heute. Es ist auf jeden Fall ganz schön viel Bewegung drin, das kann man auf jeden Fall festhalten gerade. Und das Hauptthema in dieser Woche, das ist tatsächlich etwas, was in den letzten ein, zwei Wochen schon sehr an Brisanz gewonnen hat. Wir starten direkt rein mit unserem Blog zu Triple H und der Entmachtung. Habt ihr als Hauptthema der Woche gevotet in der Themenabstimmung. Wenn man das jetzt mal versucht aufzudrösten, wir haben jetzt theoretisch 100.000 Ansätze, wo wir überlegen könnten. Wir machen es mal jetzt gerade mit der Aktualität als Aufhänger. Es gab die Entlassungswelle vor einer Woche, anderthalb Wochen, Roundabout. Die Entlassungswelle, da ging es jetzt nicht darum, dass irgendwelche großen Topstars entlassen worden sind, aber die haben trotzdem sehr viel Strukturelles offengelegt. Denn es wurden Leute entlassen wie William Regal, wie der Road Dog Jesse James, Scott Armstrong, Samoa Joe, die kreativen Strippenzieher bei NXT. Gabe Sapolsky und Jesse Katz wurden ausgetauscht, weil nun, wie wir mittlerweile wissen, auch der Kreativprozess bei NXT 2.0 über Bruce Prichard läuft. Es wurden, wenn man sich das mal ein bisschen länger jetzt anschaut in den letzten Wochen und Monaten, es wurden Superstars besiegt, entlassen oder die Verträge nicht verlängert, die eigentlich bei Triple H eine große Rolle gespielt haben. Also nahezu alle wichtigen Verbündeten innerhalb von WWE, die nah an Triple H dran waren und noch mit ihm an NXT gearbeitet haben, die sind weg. Ich meine, okay, jemand wie Shawn Michaels ist noch da, yay. Aber auch, ja, wer eigentlich mehr als Trainer im Performance Center, der hat ja mit NXT 2.0 recht wenig zu tun. Wenn man das alles hört, Nico, und da haben wir ja jetzt noch nicht mal alles aufgezählt. Findest du, da kann man wirklich von einer Entmachtung sprechen, die jetzt gerade bei NXT und dieser Transition zu NXT 2.0 bezüglich Triple H gelaufen ist? Ja, also man führt auf jeden Fall den Weg fort, den man im Sommer eigentlich schon gestartet hat, eben mit der Umstrukturierung bei NXT mit NXT 2.0. Und den Stil oder diesen Weg geht man an sich aktuell halt einfach weiter, indem man halt wirklich das komplette, also nicht nur die aktiven Wrestler von NXT Black & Gold noch ersetzt, sondern auch wirklich das gesamte Team rund um Triple H. Und vor allem Leute wie William Regal haben mich dann natürlich auch schon überrascht, weil, ich meine, das ist ein sehr erfahrener Mann auf jeden Fall und hat ja auch als TV-Persönlichkeit NXT vor allem, ja, in den letzten Jahren auch sehr gedrängt, finde ich. Und deswegen, das hat mich dann schon überrascht. Und ja, dass man jetzt halt wirklich komplett auch den NXT-Kreativprozess wirklich umstellt und eben dort jetzt auf Bruce Bridget und eben auch Christine Lubreno, die eben beide im Main-Roster bei Ron Smackdown für die Kreativprozesse beteiligt sind, dass die eben jetzt auch bei NXT, ja, mehr Verantwortung bekommen einfach. Das ist tatsächlich jetzt dann eben so der Stand der Dinge. Also Triple H hat da, ja, einfach viel am Boden verloren und hat da jetzt gerade, was NXT 2.0 angeht, eben nicht mehr viel mitzusprechen. Weder was die Superstars aus oder angeht oder den Kreativprozess. Also er ist da wirklich weitestgehend erstmal raus. Die Hintergründe sind ja wirklich sehr vielfältig. Also wenn man sich vor allem anschaut, wo das eigentlich mal stand, ich erinnere mich, die NXT-Invasion, der Push, um sich dann gerade gegen AEW durchzusetzen. Dann waren Main-Roster-Stars wie Drew McIntyre oder so, waren auf einmal bei NXT. Man hat da ja wirklich sehr viel Zeit auch investiert und auch viel Werbung, gerade eben seitdem die Show im TV lief. Und ich erinnere mich an einen Podcast, an einer Ausgabe, die ich mit dem Johnny, mit dem PerkX WWE aufgezeichnet habe, als das bekannt geworden ist. NXT geht ins TV und wird parallel zu AEW laufen. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann damals gesagt habe, das kann für NXT, so viel Hype jetzt auch da ist, auch der negative Wendepunkt werden. Und das Erfolgsformat kann sich dann auf einmal ganz anders umdrehen. Würdest du es auch tatsächlich darauf datieren, dass der Moment, wo NXT ins TV gekommen ist, so ein bisschen der Kipppunkt war? Oder würdest du sagen, es gibt vielleicht noch einen anderen Zeitpunkt? Also das war auf jeden Fall, würde ich schon sagen, grundlegend der Auslöser. Also dass man gesagt hat, man geht ins TV, man geht gegen AEW diese zwei Stunden am Mittwoch. Dann hat sich eigentlich recht schnell herausgestellt, dass man dort eigentlich, obwohl man es eben versucht hat, du hast es gesagt, mit dieser Survivor Series unter anderem, da hat man ja echt einiges versucht. Aber das hat langfristig einfach nicht geklappt und das war dann einfach klar, AEW hat mit Dynamite ganz klar ihre A-Show und nebenbei läuft halt noch NXT, was ganz klar MDC-Show von WWE war. Und also da war eigentlich dann gar nicht mehr dran zu denken, dass das zu einem weiteren dritten Brand eigentlich etabliert wird. Und das hat dann eben in der Zeit auch WWE auf jeden Fall gemerkt. Und dann hat man eben den Weg gewählt, dass man zuerst auf den Dienstag gewechselt ist, aber auch dort hat sich dann eigentlich nicht wirklich was verändert. Und letztendlich hat man dann eben den Schritt gewählt und gesagt, ja, dieses NXT-Produkt als Entwicklungsprodukt von uns hat uns eigentlich in den letzten Jahren ja nicht das gebracht, was ein Entwicklungsprodukt bringen sollte. Nämlich, dass wir neue Leute für den Main-Roster bekommen, die wir dort zu Stars machen können. Das hat man einfach in den letzten Jahren nicht hinbekommen. Also nur wirklich wenige Beispiele von NXT haben es wirklich geschafft, sich dort im Main-Roster wirklich gut zu etablieren. Die meisten sind mittlerweile schon wieder entlassen. Und deswegen hat man sich dann, denke ich, einfach gesagt, wenn wir weiter ein neues Entwicklungsprodukt haben wollen, dann muss man irgendwas umändern. Und das hat man eben jetzt einfach auch durch diese Umstrukturierung gemacht, indem man eben jetzt dann zuerst eben den kompletten Brand ja einmal rumgeworfen hat, Großteils der Leute eigentlich schon entlassen hat oder eben noch hochgezogen hat, wie vielleicht ein Jemper, der vielleicht in den Main-Roster hochgehen wird. Aber ja, und jetzt ist eben der nächste Schritt noch, dass man eben auch den Kreativprozess nochmal komplett umstrukturiert, um eben dort eben auch nochmal sich mehr an den Main-Roster anzupassen und vielleicht eben für mehr Zusammenarbeit zwischen NXT und dem Main-Roster zu sorgen, damit man eben dadurch vielleicht zukünftig sich leichter tun wird, Stars hochzuziehen und wirklich gute Call-Ups hinzubekommen, so wie man es sich die zumindest vorstellt. Auch ihr in den Kommentaren seid natürlich gefordert. Also was haltet ihr von dieser Umstrukturierung? Weil ich finde zumindest, man kann jetzt davon halten, was man will. Ich fand NXT Black & Gold auch besser. Muss aber sagen, dass man hat jetzt Schlüsse draus gezogen und macht jetzt nicht irgendwie so Wischi-Waschi-Aktionen, sondern man hat wirklich eine klare Agenda. Man hat ganz klare Handlungsstränge, die man jetzt verfolgt und die zieht man auch wirklich durch. Also nicht ganz oder gar nicht, sondern hier wirklich ganz, also zu 100 Prozent. Wer da glaube ich auch viel seine Finger mit drin hat, das dürfte WWE-Präsident Nick Kahn sein, der glaube ich das mit den TV-Quoten einmal sich eben angeschaut hat, gesagt, naja Freunde, das geht jetzt nicht, dann müssen wir NXT irgendwie anders nutzen. Dann dürfen wir jetzt nicht mehr erstmal hier AEW direkt dann in der Konkurrenz rausfordern. Natürlich sagt er in Interviews, AEW gucken wir gar nicht und so weiter und so fort. Das sagt er nach außen, aber es ist klar, dass natürlich das dann irgendwie eine Rolle spielt. Und ich glaube, er könnte auch so einer derjenigen mit gewesen sein, die innerhalb von WWE diesen Tenor vielleicht mit angeschoben haben, naja, Triple H hat jetzt halt versagt. Und so hat sich das dann eben hinter den Kulissen bei den hochrangigen Offiziellen eben schon so ein bisschen rumgesprochen, wenn man sich dann gefragt hat, warum hat es denn nicht geklappt? Da kam man nicht auf die Idee, dass der NXT-Brand insgesamt vielleicht einfach, ja, gerade auch die Verwurzelung, die NXT bei sich hatte und dann diese Übergänge zum Main-Roster, die du schon angesprochen hast, die einfach zu holprig waren, dass die vielleicht da eine Rolle gespielt haben, dass die Leute Interesse verloren haben. Da hat man aber nicht dran gedacht, sondern man hat eben gesagt, so, wir brauchen einen Schuldigen und das ist in diesem Fall Triple H. Was würdest du sagen, inwiefern ist denn Triple H für dieses Scheitern von NXT verantwortlich, beziehungsweise konkreter gefragt, inwiefern ist er für das Scheitern von NXT im TV-Duell gegen AEW in den Ratings verantwortlich zu machen? Also ich würde da auch eigentlich gar nicht die Schuld auf Triple H lenken, sondern einfach halt sagen, dass es einfach von Grund auf halt ein falscher Gedanke war, in den TV zu gehen und sich mit AEW am Mittwochabend zwei Stunden gleichzeitig im TV zu präsentieren, weil, wie schon gesagt, AEW hatte halt mit Dynamite ganz klar ihre A-Show. So, das war das Hauptprodukt, während halt NXT, während halt WWE mit einem Produkt wie NXT mit einem, ja, C-Produkt eigentlich da dagegen ging. Weil man dachte, es reicht, ne? Ja, schon. Also man hat sich da sicher vielleicht schon das Ganze etwas zu leicht genommen. Dann hat sich aber eben schnell herausgestellt, dass AEW, also dass es gar nicht mehr sinnvoll war, auch zum Beispiel die Ratings oder so irgendwann mit der Zeit zu vergleichen, weil man einfach sagen konnte, okay, AEW ist ganz klar die A-Show, es hat einfach keinen Sinn, das jetzt irgendwie mit NXT in der Art und Weise zu vergleichen, weil es einfach zwei völlig unterschiedliche Shows sind. Nicht nur von der Art der Präsentation, sondern einfach auch von der Star-Bauer, die einfach geboten wird. Es ist insofern halt auch noch spannend, dann jetzt zu sehen, weil Triple Hs Rolle, als er Black & Gold hochgezogen hat, war ja auch so ein Stück weit dann eben, er hat eigentlich das gemacht, was AEW heute ist, er hat eine Alternative aufgebaut, zu einem Zeitpunkt, als es eine Alternative noch gar nicht gab. Der hat die Indie-Talente verpflichtet, der hat Leute geholt wie Kevin Owens, Sami Zayn, Samoa Joe, Finn Balor, Shinsuke Nakamura und, und, und. Und hat die stark gemacht, er hat die Women's Revolution gestartet. Also diese Vita liest sich, und Triple H ist weiß Gott keiner, den man von vorn bis hinten über den Klee loben sollte, bei den Dingen, die er auch schon gemacht hat. Gibt's ja gerade auch so ein paar Streitigkeiten, wer es nicht mitbekommen hat, also Triple H war maßgeblich jemand, der eine Madison Square Garden Show verhindert hat damals, aber das wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, von anderen Promotions. So, er hat aber trotzdem hier wirklich das gemacht, was AEW heute ein Stück weit ist, er hat eine Alternative aufgebaut zu Raw und SmackDown. Kurzzeitig hat er ja sogar eine kreative Leitung bei Raw und SmackDown inne gehabt, ich erinnere mich, dass Vince McMahon da mal ein paar Wochen gefehlt hat und Triple H war dann einige Wochen eben mal Backstage auch bei Raw und SmackDown mit anwesend, sodass einige schon echt gesagt haben, boah, das könnte jetzt mal Aufwind geben. Und ja, er leitete dann eben diese Shows gemeinsam mit Bruce Prichard. Dann eben dieser Wettkampf mit AEW, der ging verloren, Vince McMahon macht ihn dafür verantwortlich. Der Frust, der dürfte sich ja aber auch ein Stück weit bei Triple H aufgebaut haben, oder? Weil, also einfach, wenn wir uns das Spannungsverhältnis anschauen, weil der Großteil der Stars, die er von NXT eben hochgebracht hat und, also die Liste ist ja ewig lang. Wir können reden über The Revival, äh, The Authors of Pain, also A.K.M. und Reza, Karrion Cross, die Viking Raiders, Keith Lee, Ricochet, EC3, Ember Moon Sanity, die Liste ist so unfassbar lang, da hat man halt auch ziemlich viel Pulver verschossen, ne? Und ich denke, das ist halt auch ein Grund, warum dann eben dieses, dieses Black and Gold Prinzip vielleicht gerade eben auch im direkten Duell gegen AEW nicht gefuttert hat, weil, wer weiß, vielleicht hätte es ja funktioniert, wenn du weißt, die, die bei NXT antreten, sind wirklich die richtig großen Deals dann im Main Roster, aber Nico, das war ja nicht so. Ne, eben, du sagst ja schon, Triple H hat einfach eine, ja, ganz andere Philosophie einfach verfolgt oder hat einfach sich ein ganz neues Ziel eigentlich gesetzt mit NXT, das dann aber eigentlich halt im Main Roster nie wirklich so angenommen wurde und alles, was er im Prinzip aufgebaut hat, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht, ein Drew McIntyre zum Beispiel, der ja auch NXT Champion war, aber, wie gesagt, Großteils der Leute, die wurden dann eigentlich so im Main Roster nie angenommen und, ja, das, was sich, das, was sich Triple H und sein Team eben dort alles rangeholt hat und aufgebaut hat, wurde dann eben so im Main Roster nie wirklich mit eingebaut und das ist, glaube ich, halt, was man dann einfach auch erkannt hat und gesagt hat, mit der Philosophie von Triple H funktioniert das irgendwie so bei uns nicht und deswegen wollen wir was ändern und Nick Khan ist da eben auch jemand, der da einfach dann sein Ding durchzieht, das, was er sich in den Kopf setzt, so wie er sagt, wenn wir die Leute nicht mehr brauchen, dann entlassen wir die einfach und wenn er sagt, wir müssen etwas umstrukturieren, dann setzt er das einfach durch, das heißt, einmal wird der komplette Roster eben umgedreht, aber auch eben das komplette Kreativteam, also er hat wirklich ein ganz klares Ziel und das zieht er wirklich gerade aktuell komplett durch. Und das Krasse ist ja, tatsächlich war NXT ja zeitweise so stark, dass man dem Main Roster ja regelmäßig die Show gestohlen hat, also ich erinnere mich, wie man wirklich dann grundsätzlich gesagt hat, ja geil, WrestleMania-Wochenende, endlich wieder ein geiles NXT, was wahrscheinlich besser wird als die Mainshow und das hatte man ja wirklich sehr, sehr oft, auch gerade zu den Summerslam-Events, diese Shows in Brooklyn im Barclays Center, die waren schon wirklich iconic. Jetzt haben wir NXT 2.0, Vince und Co. nehmen das selbst in die Hand und WWE schaut jetzt eben immer weniger nach Talenten in anderen Promotions. Dafür hat man ein eigenes Nachwuchsförderprogramm, um eben zum Beispiel so College-Absolventen und so weiter ins Performance Center zu holen, die eben den Look haben, den Vince und Co. sich wünschen fürs Main Roster und denen wird dann eben dieser Wrestling-Stil von WWE beigebracht. Das ist eben dieser Gegenentwurf wiederum zur Idee von Triple H, der mit seiner Variante eben auch die abgesprungenen Fans vielleicht sogar wieder ein Stück weit ködern wollte. Wenn die gesagt hätten, ah nee, ich gucke lieber wieder die Indies, weil WWE ist mir too much, die hat er ja ein Stück weit eben wieder mit reingeholt, indem er gesagt hat, komm, wir holen die Indie-Darlings hier hin und bringen mal wirklich auch viele Dream-Matches. Also Vince McMahon hätte sowas wie AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura nie als Dream-Match bezeichnet. Irgendwie ist Triple H ein Stück weit auch ein Grund dafür, dass wir es bei WWE letzten Endes bekommen haben. Wie gut es dann aber wiederum war, trägt wiederum nicht die Handschrift von Triple H. Ich glaube, der hätte sich das anders gewünscht. Und diese ganzen Spannungsverhältnisse, das ist, finde ich, halt, ist das ganze Spannende an der Sache. Wenn man sich das einmal deutlich macht, zeigt einfach, dort sind zwei Köpfe auch ein Stück weit aneinander geraten. Vince McMahon hat gesagt, ja, Triple H soll das mal so ein bisschen da machen mit seinem NXT, ist ja ganz cool und kriegt da auch irgendwie 10.000 Leute in die Halle. Aber am Ende des Tages fand er, stand er auch nie so hundertprozentig dahinter. Das heißt ja auch, Vince hat nie so wirklich NXT überhaupt verfolgt. Tja, und stand jetzt ist Triple H dann eben heute am 15. Januar 2022, wo wir das Ganze aufnehmen. Auf Patreon hört das nämlich schon am Samstag, auf YouTube dann am Sonntag. Jetzt steht er ohne Macht da. Im Main-Roster hat er auch nichts mitzusprechen. Er ist aktuell aufgrund einer Herzoperation wohl noch nicht wieder ganz fit. Wir wünschen ihm natürlich nur alles gut und hoffen, dass er möglichst bald wieder in Richtung 100% unterwegs ist und ihm da wirklich auch, ja, dass es ihm wirklich gut geht. Ja, um dann, wenn er bei 100% ist, was zu tun bei WWE, ist halt jetzt die Frage. Weil, was glaubst du, was siehst du denn für eine Rolle noch für ihn? Einige hatten ja damals zum Beispiel auch damit geliebäugelt, dass er eines Tages Vince McMahon beerben könnte. Das kann man sich, ja, stand jetzt schon deutlich abschminken, ne? Ja, also das kann ich mir aktuell eigentlich auch nur sehr schwer vorstellen. Also vor einigen Jahren, als eben auch NXT da unter Triple H eben ja auch immer größer wurde, eben diese richtig bekannten Takeover-Events, die wir da teilweise hatten, da haben dann sicher auch eben viele gedacht, ja, was wird das für eine Zeit werden, wenn Triple H dann genau unter diesem selben Stil, wie den er bei NXT fährt, wenn er damit vielleicht dann irgendwann in ein paar Jahren den Main-Roster und so weiter übernimmt. Aber danach sieht es ja wirklich absolut gar nicht eigentlich aktuell aus. Also man hat ja jetzt sein gesamtes Team eigentlich, also da hätte man ja auch denken können, dass er das vielleicht dann direkt mit hochnimmt in den Main-Roster und so weiter. Aber ja, da scheint es ja aktuell wirklich gar keine Änderungen zu geben. Also jetzt auch Bruce Bridgert und eben Christine Lorenzo, die jetzt auch bei NXT da mehr Verantwortung tragen. Also ja, ich kann es dir ehrlich gesagt schwer sagen, was Triple H in Zukunft, welche Rolle er da eben noch weiter übernehmen wird und wie viel Verantwortung er da noch bekommen jetzt. Ich finde es mit Blick auf das NXT 2.0-Konzept interessant beziehungsweise, ja, interessant ist eigentlich genau, ist eigentlich das Schlagwort, weil genau dieses Interesse fehlt bei mir jetzt so ein bisschen. Ich habe jetzt die letzte Show tatsächlich auch mal wieder gesehen, also auch voll gesehen. Musste bei Wendy Chu jetzt zum Beispiel, musste ich lachen. Muss aber sagen, da ist auch so viel Trial and Error dabei. Teilweise unfreiwillige Komik, wenig gutes Wrestling, auch teilweise einfach unlogisch gebrückt. Ich finde es jetzt schwierig, da großes Interesse dran zu entwickeln. Jetzt um vielleicht mal doch ein bisschen, weil wir sonst kein Rating-Thema haben, um das vielleicht dann doch mal jetzt gerade mit reinzubringen. Wie sieht das bei NXT 2.0 mit den Zahlen dann letzten Endes aus? Es soll ja gerade darum gehen, die jüngere Zielgruppe irgendwie anzusprechen. Das war ja mal so ein bisschen das Ziel, was WWE dann ausgerufen hat. Wie schneidet das im Vergleich zu diesen, ja, NXT Black & Gold Shows ab, die gegen AEW gelaufen sind? Also auf jeden Fall muss man sagen, es ist jetzt seit dieser Veränderung von NXT 2.0 auf jeden Fall nicht schlechter geworden, was die Ratings betrifft. Also am Anfang hatte man natürlich etwas stärkere Zahlen, weil es eben das Debüt war von 2.0. Aber danach ging es leicht bergab. Aber jetzt hat man sich wirklich die letzten Wochen eigentlich so bei 650.000 in etwa gefangen. Die Hauptzugruppe etwa bei 0,14. Das sind alles Werte, die hatte man auch in etwa vorher. Also schlechter geworden ist es auf jeden Fall nicht. Also es scheint auf jeden Fall so, dass man seine feste Zuschauerschaft jede Woche gefunden hat. Die besteht aber halt weiterhin fast nur oder was heißt fast nur, aber zumindest aus sehr vielen Leuten, die über 50 Jahre alt sind. Also dort haben wir eine Bewertung von oder eine Wertung von 0,38 gehabt in dieser Woche. Das ist stärker als der Wert von AEW, die aber fast doppelt so viele Zuschauer haben. Das nur mal so zur Einordnung. Also anhand der jungen Zuschauer hat sich da halt wirklich eigentlich gar nichts verändert seit der Veränderung. Das kann man auf jeden Fall sagen. NXT 2.0 würde ich auch fast sagen, ist eigentlich mehr Main-Roster als das NXT Black & Gold war, weil man kann ja auch sagen, was man will. Ich glaube, wir können uns jetzt relativ sicher sein, dass diejenigen, die Vince und Bruce Prichard jetzt bei 2.0 zum Star machen, jetzt jemand wie Brown Breaker oder so, also die Wahrscheinlichkeit, dass die im Main-Roster dann komplett verhunzt werden, die ist doch eigentlich eher gering, oder? Also in meinen Augen ist es jetzt eigentlich ein positiver Effekt, dass dann zumindest Vince McMahon von Anfang an mitbestimmen kann, wer jetzt die Stars sind. Genau, also glaube ich, das ist auch der Sinn hinter dieser ganzen Weiterentwicklung, dieser Veränderung, dass man sich eben einfach leichter tun will, die Leute später in der Main-Roster hochzuziehen, die man dort auch wirklich haben will. Weil sonst wurden halt die Leute vielleicht von Triple H und von seinem Team herangeholt. Und dann kam es eben zum Problem, ja, wer ist denn das jetzt überhaupt? Brauchen wir den hier überhaupt? Und dann kam es eben oft dazu, dass die nicht wirklich gut eingesetzt wurden. Und jetzt kann man sich eben schon die Leute dort unten aufbauen, die man dort später haben will. Und ich glaube, es geht dann eben bei NXT gar nicht wirklich darum, jetzt ein richtig gutes TV-Produkt zu produzieren, sondern ich glaube, es geht einfach mehr darum, dass man eben die Leute heranbringt, dass man vielleicht, ja, klar, natürlich den paar Zuschauern schon ein paar bekanntere Namen macht, aber dass die Leute dort einfach Erfahrung sammeln, dass man schauen kann, okay, wie gut kommen bestimmte Leute an? Und die zieht man dann später hoch und das dort wird man die erst so richtig einsetzen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auch was, wann Triple H mal jetzt wieder in Erscheinung tritt, ob er wirklich eher so eine Art Markenbotschafter jetzt einfach wird oder ob man nicht doch irgendwann, also bei WWE darfst du ja generell niemals nie sagen, oder ob er nicht doch irgendwo mal dann wieder eingreift, vielleicht bei NXT, vielleicht auch im Main-Roster mit Bruce Prichard zusammen. Also muss man mal weiter beobachten, es ist schwierig, da eine genaue Prognose zu treffen. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was wünscht ihr euch? Sagt er weiter, Triple H sollte mal Vince McMahon irgendwann beerben? Sagt er, er sollte sich jetzt erstmal vielleicht auf seine Gesundheit konzentrieren? Das wäre übrigens jetzt gerade mein Take. Also schreibt uns gern, wo seht ihr seine Zukunft und ja, wie seht ihr generell dieses Spannungsverhältnis von NXT Black & Gold, was es gab gegen das übermächtige Main-Roster von Vince McMahon? Also wirklich eine sehr spannende Thematik, an die wir jetzt unseren Haken machen, um in ein weiteres Thema einzusteigen. Unser zweiter Block bei dieser Ausgabe. WWE öffnet die Forbidden Door, also diese Tür, die doch eigentlich gar nicht aufgestoßen wird. Gerade von WWE doch eigentlich nicht. In den letzten zwei Jahren ist dieses, äh, ist dieses Wording, dieser Begriff, der Forbidden Door, ist ja jetzt immer stärker geworden. Und jetzt hat WWE uns überrascht. Denn, wie man bekannt gegeben hat, wird es beim Frauen-Roy-Rumble, da gibt es ja immer mal ein paar Überraschungen, holt man immer mal so ein paar Legenden zurück und so weiter. Also Legenden im Sinne von, äh, Frauen, die halt mal vor zehn Jahren gecatcht haben, als es noch Divas und so weiter waren. Und eine Frau, die jetzt da zurückkehren wird, ist Mickie James. Denkt man sich, als vielleicht nur WWE-Zuschauer, okay, ist ja, wo ist jetzt das Problem? Naja, ähm, diese Frau wird offiziell angekündigt als Impact Knockouts Champion. Also sie ist Champion einer anderen Promotion. Sie wird übrigens auch, das wissen wir mittlerweile auch, ähm, zu ihrem Impact-Themesong auch mit rauskommen. Also das sind die, die, äh, Sachen, die wir jetzt schon wissen, wo man dann schon erstmal gedacht hat, ach, warte mal, WWE kooperiert mit Impact, dem früheren TNA. Was ist denn da los? Und Nico, es gibt jetzt mehrere Szenarien. Möglichkeit A, WWE will sich mehr öffnen, sucht vielleicht wirklich mal mehr Kooperation. Möglichkeit B, das wäre jetzt die, ja, eher langweiligere Variante. Man findet halt nicht genug Teilnehmerinnen fürs Women's Rumble Match und, äh, hat deswegen jetzt Mickie James angerufen. Oder ist es auch beides? Wo, wo, wo siehst du dich da? Ja, also ich war auf jeden Fall auch überrascht, als ich das Ganze gelesen habe, eben auch aufgrund der Tatsache, dass man eben wirklich ganz bewusst gesagt hat, Impact Knockouts Champion, das macht hier halt einen entscheidenden Unterschied, weil wäre einfach nur Mickie James so im Rumble gewesen, okay, dann hätten wir vielleicht gewusst, okay, die ist gerade bei Impact, aber dann wäre es vielleicht WWE typisch gewesen, wenn man das nicht einmal erwähnt oder so und halt einfach Mickie James als WWE-Legende einfach vorhanden ist im Rumble. Aber das ist ja eben hier nicht der Fall. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was uns da vielleicht noch erwarten könnte. Aktuell würde ich da aber erstmal trotzdem noch vorsichtig sein, weil es kann gut sein, dass das wirklich nur aktuell einfach dieser Rumble-Auftritt von Mickie James ist und danach halt erstmal nichts kommt. Deswegen, ja, mal schauen, was da noch kommt. Aber auf jeden Fall zumindest ein interessanter Weg, den man hier erstmal geht. Und ich bin gespannt, wie das dann auch beim Royal Rumble aussehen wird und wie das von den Kommentatoren unter anderem vielleicht dann aufgegriffen wird. Hängt natürlich davon zusammen, was für eine Kooperation man da jetzt genau sich vorgenommen hat. Also wenn uns das jemand vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, Mickie James würde mit dem Impact-Title hier beim Royal Rumble rauskommen. Also das ist tatsächlich dann doch überraschend. Man kann sich natürlich auch fragen, vielleicht bereinigt WWE hier auch ein Stück weit den Image-Schaden, den man ja erlitten hat, als man Mickie James noch ein paar eher persönliche Gegenstände in Form eines Müllsacks zugesendet hat. Das ist ja auch noch eine Geschichte, an die wir uns erinnern. Jetzt, ja, hat man das irgendwie beigelegt und sagt, hier, komm doch vorbei. Es ist ja an sich jetzt kein Novum, dass WWE mit anderen zusammenarbeitet. Das ist nur sehr lang her. Also früher hat man schon mit AAA zum Beispiel kooperiert oder mit der damaligen ECW von Paul Heyman. Also diese verbotene Tür, die ist jetzt nicht so dick verriegelt, wie manche dann denken. Auch bei WWE nicht. Man hat es halt, wie gesagt, jetzt einfach lang nicht mehr genutzt. Und man hat sich halt so dargestellt, als wäre man die einzige Promotion der Welt. Es gab höchstens mal so ein paar Witze am Rande, die übrigens dir auch zeigen. Natürlich wissen die, was andere machen. Also wenn da zum Beispiel aus so einem Wir-Mah-Hahn coming to Raw ein gediegenes Send-Wir wird in Anlehnung an Hook. Also WWE kriegt das schon mit, was andere machen. Aber dass man jetzt so direkt und klar kooperiert, war dann erstmal nicht abzusehen. Die Frage ist halt, steckt mehr dahinter? Glaubst du, da könnten jetzt andere Überraschungsauftritte von Impact kommen? Vielleicht ja auch bei den Männern? Es scheint jetzt irgendeine Vereinbarung zu geben. Vielleicht ja sogar dahingehend, wenn man sagt, es ist eine beidseitige Vereinbarung. Vielleicht tritt ja auch jemand von WWE bei Impact auf. Hättest du das für realistisch oder wie denkst du drüber? Ja, also ausschließen würde ich es natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich würde erstmal einfach abwarten, weil aktuell gibt es halt eben diese Ankündigung von Mickie James. Und da wird natürlich jetzt erstmal viel drüber geredet. Und das ist jetzt halt so der Auslöser. Aber viel mehr gibt es aktuell, stand jetzt halt einfach nicht. Deswegen muss man da einfach schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Was halt auch noch ein sehr interessanter Punkt ist, dass halt AEW vor wirklich eigentlich genau einem Jahr circa im Dezember die Kooperation ja eigentlich mit Impact gestartet hatte und dort dann immer wieder mal Leute aufgetreten sind. Dann gab es ja auch das Match vom Impact Champion gegen den AEW Champion unter anderem. Also das war glaube ich sogar noch im April, meine ich, dieses Jahr oder letztes Jahr. Und deswegen in so kurzer Zeit jetzt so viele Kooperationen von Impact vielleicht auch aus. Das ist schon auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, wir müssen, denke ich, einfach abwarten, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ich würde trotzdem erstmal noch nicht zu viel hier erwarten. Vor allem, wenn man den Weg eben von WWE in den letzten Jahren kennt. Ja, ich muss sagen, das muss man auch einfach mal so auf den Punkt bringen. Diese Kooperation von Impact und AEW hat im Endeffekt jetzt nicht allzu viel bewirkt. Die Impact-Quoten waren nicht riesig. Tatsächlich, ich finde, AEW hat Impact insofern zumindest geholfen, dass natürlich ein Kenny Omega bei deren Show aufgetreten ist und so weiter und so fort. Aber das hat AEW jetzt nicht krass promotet oder so. Im Gegenzug war jetzt auch nicht so, dass da sehr viele Impact-Talente zu AEW kamen, bei Dynamite oder so. Also man muss schon sagen, dass wir irgendwie, ja, der Bang, mit dem man damals gestartet ist, der Titelwechsel von Omega zu Moxley bei Winter is Coming 2020 müsste es noch gewesen sein, das war schon krass. Und da hatte man gedacht, boah, jetzt geht es ja richtig rund, muss man rückblickend sagen. Also diese Kooperation, und das war eine beidseitige Kooperation, da hat man schon nicht viel von gemerkt. Wie könnte das jetzt aussehen, wenn WWE eine einseitige Kooperation mit Impact eben führt? Also WWE tut das an sich ja auch gar nicht weh, hier Impact ein bisschen Promo zu geben. Weiß jetzt nicht, ob sie das gemacht hätten, wenn Impact die zweitgrößte Liga der Welt wäre. Entscheidend ist ja auch, wird es über den Rumble hinaus solche Kooperationen geben? Stand jetzt sind wir, nämlich in meinen Augen, immer noch sehr weit weg von einer Revolution. Wie realistisch ist es vielleicht für dich noch, das als Einordnung, dass WWE seine Kooperation vielleicht auch auf andere Ligen ausweitet? Also wir haben jetzt gesehen, also mit AW kooperieren, das ist erstmal nicht drin, aber mit so kleinen Ligen. Ich erinnere mich an die Sache, die man damals zum Beispiel mit Evolve und so weiter hatte. Jetzt zum Beispiel, glaubst du, es ist realistisch, dass WWE und, keine Ahnung, MLW zum Beispiel, obwohl da jetzt gerade eine Klage eigentlich am Start ist, das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, aber WWE und irgendwelche anderen kleineren Ligen. Glaubst du, da könnte man irgendwie mal wenigstens so eine kleine Zusammenarbeit mal wieder starten? Ja, das ist die Frage, wie man das natürlich dann umsetzen will. Also man hatte zum Beispiel eben mit Evolve auch Kooperationen, die dann, glaube ich, auf dem WWE-Network ausgestrahlt wurden, unter anderem. Das sehe ich, du hast schon immer möglich, dass so mit kleinen Ligen, aber wirklich auf jeden Fall mit kleineren Ligen etwas passiert, das dann aber auch kein großes Gesprächsthema wird. Mit großen Ligen wird man sich aber sicher erstmal raushalten. Also mit New Japan, das Ganze hat ja nicht geklappt. Das ist dann eben zu AW und New Japan geworden. Und auch sonst, ja, mit AW wird sich ja auch erstmal nichts kommen, vor allem, wenn man sich ja trotzdem weiterhin anschaut, dass man ja wirklich eigentlich sonst gar nichts von anderen oder was rund um WWE passiert, da einfach nichts aufgreift in den Shows oder auch, ja, sonst halt da nichts erwähnt oder versucht halt wirklich alles nicht zu erwähnen bewusst. Und deswegen denke ich schon noch, dass man da weiterhin schon einen sehr harten Weg weiterhin gehen wird und sich ja da doch eher noch distanzieren wird. Aber natürlich dieser Impact jetzt, ja, mit Impact, das ist natürlich schon erstmal interessant und ja, bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ich bin weiterhin trotzdem der Ansicht, glaube ich, dass der WWE doch, dass der erstmal weniger kommen wird noch. Es gibt ja auch einige Fans, die dann wirklich so diese Vorstellung von so einer super Kooperation der großen Ligen haben, WWE und AEW. Wie scharf wärst du darauf, dass es da irgendwie mal zu einem Austausch kommen würde, dass man einfach sagen kann, so, jetzt kann man AJ Styles zu AEW und WWE kriegt dafür ein Wardlow oder so. Macht dich das an, dieser Vorschlag, oder denkst du, nee, lass das mal lieber? Natürlich hat man als Wrestling-Fan da einige mögliche Duelle, die man sich vorstellen kann, sei es ein Roman Reigns, der dann gegen einen Kenny Omega antritt oder weiß ich nicht was. Das sind natürlich schöne Vorstellungen. Aber das ist auch von der Umsetzung, das ist natürlich auch von der Umsetzung sehr, sehr schwierig, weil man muss immer denken, halt jede Kompanie will natürlich für sich das Beste. Und wenn man jetzt den einen World Champion zum Beispiel gegen den anderen stellt, ja, wer sagt denn, ja, unsere Champions soll die Niederlage einstecken? Also das sind zwar schöne Vorstellungen, aber allein schon umsetzungstechnisch ist das einfach nur unfassbar schwierig. Und ja, ich glaube, das wird auch erstmal nur Wunschdenken bleiben. Damit, ja, machen wir auch hier dran tatsächlich erstmal soweit den Haken. Auch da, ihr seid natürlich gefordert. Also glaubt ihr an so eine super Kooperation WWE und AEW? Oder sagt ihr, boah, vielleicht diese Produkte passen an sich auch gar nicht so sehr zusammen? Und ja, was glaubt ihr, wie sieht's aus? Können wir vielleicht wirklich sogar im Männer Rumble noch eine Überraschung erleben? Kommt jemand wie Moose oder so? Kommt der dann auf einmal beim Männer Rumble heraus? Da bin ich ja auch gespannt, wenn das passieren sollte. Kennen WWE Zuschauer die überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Also das muss man mal beobachten. Auch das mit Mickie James. Ich meine, in erster Linie, ich freue mich jetzt für sie, dass sie dann auch den Auftritt bekommt. Ich meine, Rumble in einem Stadion, knapp 30.000 Leute. Ist ja auf jeden Fall cool für sie. Eine große Rolle wird sie nicht spielen. Den Rumble gewinnen wird sie selbstverständlich auch nicht. Aber einfach nur mal diese Meldung WWE kooperiert mit Impact ist schon mal etwas, was man mal einordnen muss, wo man, wie ich finde, auch wie du richtig gesagt hast, einfach sagen muss, das ist überraschend, das war nicht abzusehen. Aber man sollte nicht zu viel reininterpretieren. Wir sind nämlich noch ein ganzes Stück weit weg von der Revolution. Aber ja, wir ordnen das mal so ein und werden das natürlich weiter beobachten. Gerade wenn es dann eben um den Rumble geht und die Frage, kommt denn danach noch eigentlich was? Und vielleicht ist es wirklich so, dass man es einfach nur macht, um einmal Image-Schaden aufzuräumen und um den Frauen-Rumble ein bisschen aufzufüllen. Damit gehen wir in unseren, ja, dritten Block, bei dem ihr es uns nicht ganz so einfach gemacht habt, muss ich jetzt mal sagen. Also in der Abstimmung nahezu gleich auf im Voting. Einmal Brody King und einmal Walter auf dem Weg in die USA. Lass uns beginnen, Nico, mit Walter. Ich erinnere mich noch genau daran, wie die Dream-Match-Spekulationen damals angeheizt worden sind. Gerade als der 2019, wo wir es vorhin hatten, die NXT-Invasion, da war er ja schon mal im Hauptkader, da war er bei Raw, meine ich. Und lang war ja klar, langfristig wird da nichts passieren. Wegen seiner Frau wird er nicht in die USA ziehen. Nun hat er sich von dieser Frau getrennt und es gibt sehr viele Möglichkeiten. WWE ist ja schon lang drauf und dran, ihn in die Staaten rüber zu locken, dass man richtig drauf erpicht. Und jetzt scheint es auch tatsächlich so zu kommen. Man hat seinen Abschied aus NXT UK diese Woche bekannt gegeben. Fortan wird er bei NXT 2.0 auftreten. Und dann wohl auch in nicht allzu ferner Zeit im Main-Roster? Fragezeichen? Ja, Main-Roster-Auftritte müssen wir auf jeden Fall noch abwarten, aber mit NXT ist auf jeden Fall, denke ich, schon zu rechnen, denn er hatte ja auch jetzt vor ein paar Wochen schon ein erstes Match, wobei man da wieder sagen muss, das hat er dann direkt mit Imperium verloren, wo man sich dann auch natürlich die Frage stellen muss, okay, wie hoch sieht man einen Walter dann noch an im NXT-Produkt? Das wird dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich zu sehen sein. Bisher waren seine Main-Roster-Auftritte ja nicht ganz so erfolgreich, wenn wir an die Survivor Series, aber auch die Raw-Auftritte denken. Deswegen bin ich da gespannt, welche Rolle er dann einnehmen wird und wie hoch er dann eben auch angesehen wird vom WWE, ob das wirklich ein zukünftiger Main-Eventer ist oder ob das eben einfach nur einer von vielen ist am Ende. Trotzdem muss man ja zumindest sagen, trotz der Umstrukturierung von NXT, obwohl jetzt neue Leute in den Kreativprozessen beteiligt sind, trotzdem will man ihn ja anscheinend immer noch bei NXT haben und das ist ja an sich schon mal ein gutes Zeichen, dass man ihn wirklich ja einfach bei NXT haben will in diesem neuen Produkt und dort wird man dann denke ich einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt, wie man das auch generell bei NXT denke ich macht. Da probiert man einfach vieles aus und das, was sich dem dann eben als gut oder halt für WWE als gut herausstellt, das will man dann eben ja später dann auch so wahrscheinlich in dem Main-Roster machen. Deswegen auch eben diese größere Zusammenarbeit jetzt zwischen NXT und den Main-Rostern und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ja, ich denke, wir werden alle sehr erfreut, wenn er natürlich eine größere Rolle einnehmen würde in Zukunft. Macht dir der Gedanke daran auch ein bisschen Angst oder hast du mehr Vorfreude? Wie wird es das gewichten, wenn du an Walter im Main-Roster denkst? Ja, wie gesagt, ich denke jetzt eigentlich schon, dass man schon jetzt gewisse Pläne haben wird, denn bei NXT tut man und holt man sich ja an sich schon eher die Leute ran, die man eben später dann im Main-Roster haben will. Und wenn man ihn jetzt trotzdem immer noch haben will, wäre ich da grundsätzlich schon mal etwas zuversichtlicher, als ich das vielleicht gewesen wäre, wenn er bei NXT Black & Gold gewesen wäre und ihn von dort hochgezogen hätte. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt zumindest mal und freue mich grundsätzlich schon darauf, ihn öfter zu sehen. Walter hat an sich ja gar nicht so viel zu verlieren, finde ich. Absolutes Biest. Title Run bei NXT UK mit 870 Tagen waren es, meine ich, historisch. Also seit 1988 hielt keiner bei WWE's Titel Gold mehr so lang, meine ich. Mit Ia Dragunov für nicht wenige dann letztes Jahr das Match of the Year auf die Beine gestellt und der Typ, demnächst im Main-Roster eigentlich, muss bei WWE vorsichtig sein, aber eigentlich unkaputtbar. Und nein, der wird jetzt nicht dem 24-7-Titel hinterherlaufen, kann ich mir nicht vorstellen. Der Typ ist genau das, was Vince McMahon doch eigentlich feiert, hat auch so eine unzerstörbare Präsenz weiter. Also selbst wenn WWE ihn gegen die Wand fahren sollte, wenn der woanders wieder auftritt und seine Symphonie-Klänge da durch die Gegend schallen, dann wissen natürlich alle trotzdem, da kommt ein Biest raus. Also eigentlich ist er nicht zu verbucken, sag ich jetzt mal so. Also es wird auch WWE, glaube ich, nicht schaffen, diesen Mann so zu verbrennen. Das denke ich an sich nicht. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, bei 2.0 hat Imperium ja jetzt schon mal verloren. Da bin ich jetzt gespannt, weil Imperium jetzt als Act bei 2.0 passt an sich, finde ich, gar nicht rein. Weil wir sind jetzt in einer Liga, wo auch viel Trial and Error ist, wo auch viele Trash-Storylines sind, wo eine Wendy Choo jetzt zum Beispiel rumrennt mit ihrem Pyjama-Gaming und da kommt Imperium raus und sagt, die Matte ist heilig. Das passt ja irgendwie auch nicht zusammen. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass die alle als Act gemeinsam aufsteigen in nicht allzu lange Zukunft, ist ja eigentlich auch relativ hoch, oder? Ja, also wenn, dann schätze ich schon, dass man die auf jeden Fall zusammen behalten will. Wenn man weiterhin sagt, man will Imperium, also Fabian Aichner und Marcel Partell, wenn man die weiterhin behalten will bei NXT oder wenn man die halt weiter bei WWE behalten will, jetzt auch unter dem neuen NXT-Produkt und dort hat man sie direkt zu den Tag-Team-Champions gemacht, dann denke ich schon, dass man die auf jeden Fall eben mit Walter dann, wenn dann gemeinsam hochziehen würde. Und da sie aktuell Champions sind, kann es durchaus sein, dass wenn sie dann irgendwann ihre Titel verlieren, dass es dann vielleicht schon in gar nicht allzu langer Zeit vielleicht schon Richtung Main-Roster geht. Und dann, wie gesagt, also bin ich auch dafür, Marcel und Fabian gleich mitnehmen, die haben sich wirklich den Arsch abgearbeitet. Ich habe kürzlich nochmal mit jemandem geredet, mit der beiden auch sehr nahe steht und wo wir auch wirklich dann einfach nochmal drüber gesprochen haben, wie viel die auch einfach geopfert haben. Wirklich auch an den Feiertagen, Weihnachten, Silvester und so weiter, die sind immer im Gym, die pumpen die ganze Zeit, die wollen immer besser werden und wollen wirklich zeigen mit ihrer Arbeit, dass sie absolut bereit sind mit dieser Akribie, die sie an den Tag legen, diese Disziplin. Also die hätten sich das hart verdient, ich würde ihnen das wirklich gönnen. Und Imperium ist so ein geiler Act, die im Main-Roster, würde ich wirklich, wirklich hart feiern. Und insofern, ja, die Möglichkeit ist jetzt gegeben. Walters persönliches Leben hat eine Wendung genommen. Daher also jetzt die Möglichkeit, er wird wohl wirklich jetzt erstmal seinen Fokus in die USA legen. Und die Fanreaktion, ich bin mir sicher, die werden wirklich gut sein. Die Frage ist dann eben wirklich, wie lang bleibt er bei 2.0? Wenn er ins Main-Roster kommt, was macht er da? Und wie prominent will man es machen? Also es ist immer noch sehr hochgegriffen. Und wenn man jetzt an so Dream-Matches denkt, wie jetzt zum Beispiel Brock Lesnar gegen Walter, das ist natürlich immer noch sehr, sehr krass, wenn man das hört. Aber es ist auf jeden Fall in greifbarere Nähe gerückt. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir ihn eben auch schon im Royal Rumble. Ich denke, wir werden auf jeden Fall im Royal Rumble schon einige Leute von NXT, 2.0 auch wieder sehen. Und ja, das wäre eben eine Möglichkeit, jemanden wie ihn reinzubringen und wo man ihn auch gut eliminieren kann, ohne dass er jetzt gut Schaden von sich nimmt. Also das wäre zumindest schon mal ein guter Weg, um ihn zumindest mal im Main-Roster auch wieder mal zu präsentieren und ihn vielleicht auch anders zu präsentieren, als zum Beispiel bei der Survivor Series. Ja, Walter direkt rausbringen und den Rumble gewinnen lassen und bei WrestleMania dann bei WrestleMania gegen Bobby Lashley oder so. Da haben wir doch Bock drauf. Keine Ahnung, gucken wir mal. Aber viele coole Möglichkeiten mit Walter im Main-Roster, die für uns, natürlich auch für dich, ja, insbesondere nochmal, dein Lanzmann. Das ist natürlich auch, also gerade auch die Vergleiche, die es natürlich immer gibt, auch mit dem großen Big Otto-Wanz an die Historiker unter euch, die sich erinnern, in diese Fußstapfen könnte ertreten. Wir wünschen Walter natürlich alles Gute für seine Zukunft und werden ihn beobachten. Und es wäre natürlich für uns, ja, perfekt, jemanden deutschsprachiges dann wirklich mal weit oben bei WWE zu sehen. Ähm, wenn er, selbst wenn er irgendwie so, so, endet klingt jetzt so schlimm, aber selbst wenn er auf einer Stufe ankommt wie dann Cesaro, der jetzt an sich kein großer Act ist oder so, der hier und da mal ein bisschen was zeigen kann, vielleicht auch mal nicht, ähm, dann wird er immer noch sehr gut verdienen. Und, äh, das gönne ich ihm tatsächlich auch einfach, dass er dann, ähm, ja, dass er dann ein gutes Leben führt, für seine Arbeit belohnt wird und, äh, wir werden ihn dabei begleiten und über ihn sprechen natürlich auch hier auf dem Podcast-Kanal. So, und das andere Thema, was wir dann hatten, das war, äh, ein weiteres Debüt, was sich zugetragen hat und zwar bei AEW Dynamite in dieser Woche. Und zwar geht es um Brody King. Der kam am Mittwoch an der Seite von Malachi Black, das erste Mal zur Geltung, ehemaliger Ring of Honor Tag Team Champion, mehrfach als Tag Partner von Malachi Black angetreten, unter anderem bei PWG. Eine Verpflichtung, die schon länger bekannt war, sein erster Auftritt, Nico, war ja jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wie hast du sein Debüt gesehen? Also, ich war, also ich muss sagen, ich kannte ihn gar nicht wirklich eigentlich, deswegen war ich auf jeden Fall sehr überrascht und der Mann hat auf jeden Fall schon einen guten Look. Also, hat auf jeden Fall was im Vergleich zu anderen Verpflichtungen, die ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen konnte, wie zum Beispiel einen Tony Nies oder einen Jay Liefel. Also, das sind keine schlechten Wrestler, versteht mich hier nicht falsch, aber ich habe da halt den Mehrwert nicht gesehen. Hier hat man zumindest Brody King direkt in ein Programm mit eingebunden, nämlich eben mit Malachi Black. Also, man hat da direkt den Zuschauern einfach einen Bezug gegeben, dass er mit Malachi Black in Zukunft zusammenarbeiten wird. Und das ist zumindest etwas, wo ich noch eher gespannter drauf schaue, weil ich eben schon weiß, okay, wo wird der etwa verwickelt sein, wo ich zumindest schon weiß, da hat man irgendwo einen Plan. Ob man aktuell so viele Sachen hat dann, das ist dann ein anderes Thema, aber zumindest hat man ihn jetzt nicht einfach so reingebracht, sondern ihm direkt zumindest ein Programm gegeben. Ich muss sagen, ich habe ja in der Dynamite Review, also wer jetzt denkt, ich werde da jetzt extrem weit ausholen. In der Dynamite Review habe ich ja soweit alles schon dazu angesprochen. Also, das Debüt an sich war okay. Er passt auch vom Look her wirklich gut zu Malachi Black, das muss man definitiv so sagen. Das Thema lief in der Abstimmung auch so ein bisschen unter der Frage, ob das dann aber nicht langsam doch mal jetzt mal gut ist mit dem Roster. Und ich weiß noch, wie man WWE damals kritisiert hat, als es auch hieß, man verpflichtet alles und jeden. Ehrlich gesagt, muss man sagen, das Blatt hat sich insofern gewendet, mittlerweile verpflichtet AEW gefühlt alles und jeden. Und das Roster platzt wirklich aus allen Nähten. Ich habe in der Dynamite Review, wie gesagt, das Ganze schon angesprochen, dass das nachhaltig das ganze Produkt nach unten ziehen kann. Wie geht es dir in der Hinsicht? Ja, da bin ich auf jeden Fall auch eigentlich deiner Meinung. Nämlich, als es im Sommer so war, wo man CM Punk, Adam Cole, Malachi Black und Daniel Bryan zum Beispiel geholt hat, dann waren das noch Verpflichtungen, wo ich noch gesagt habe, okay, das geht in Ordnung und hat immer noch Platz, auch seine eigenen Leute mehr zu präsentieren. Und dort war es dann eben auch noch so, dass man sich ganz klar auf die Show fokussieren konnte und gesagt hat, okay, das sind unsere Hauptstorylines und hier hat man noch ein paar andere Sachen. Aber mittlerweile hat man dann auch jetzt nochmal im Oktober, November, Dezember nochmal so viele neue Leute rangeholt, wo ich den Mehrwert einfach nicht sehe. Also man hat sich ja keine schlechten Wrestler geholt, aber man hat einfach dann Wrestler geholt, wo ich jetzt nicht den Mehrwert sehe, dass die die Show wirklich dann am Ende verbessert haben. Also vielleicht noch bei Adam Cole, Bobby Fish und Kyle O'Reilly, die kann ich vielleicht noch eher nachvollziehen. Aber trotzdem sind es für mich dann einfach generell in der ganzen Show aktuell zu viele Fäden einfach oder halt einfach Sachen, die vorgehen, die man nicht mehr wirklich ja einfach alles fassen kann. Das ist einfach zu viel in meinen Augen, wenn ich diese Shows schaue. Also wir hatten zum Beispiel diese Woche eben mit CM Punk und MGF das Ding. Da kann man, finde ich, noch gut durchblicken. Da haben wir MGF, da haben wir CM Punk, da kommen noch Wardlow und Sean Spears von Pinnacle dazu. Das ist für mich noch alles logisch. Da kann ich gut durchblicken. Das ist für mich ein Programm. Da habe ich jede Woche richtig Lust drauf. Aber alles, was sonst passiert, ist halt ein ziemliches Chaos und das fühlt sich so an, als würde in jeder Fede, in jedes Programm, jede Woche irgendwie nochmal jemand irgendwie dazu geworfen werden. Also wir hätten jetzt zum Beispiel einen Inner Circle, die irgendwie gegen 2.0 gehen. Dann haben wir aber eigentlich noch Cody, der gegen Sammy Guevara geht. Dann kommt der Eddie Kingston auch noch irgendwie hinzu, weil der auch gegen 2.0 kommt. Scorpio, Sky und Ethan Page schießen auch gegen alle und wollen eigentlich auch einen TNT Titel match. Dann haben wir Team Death gegen Dante Martin, wo jetzt aber auf einmal noch Jay Liefel irgendwie dazukommt. Also man quetscht irgendwie jeden doch irgendwie in die Show rein und das ist halt am Ende das Problem, weil man zu viele Leute hat, die man dauerhaft halt zeigen will. Und deswegen hoffe ich, dass man zumindest bis zum Pay-Per-View da wirklich eine klare Struktur hinkriegt, dass wir sagen, okay, das sind unsere Hauptfäden, das sind unsere großen Sachen und alles andere. Muss natürlich nicht immer alles perfekt sein. Ich brauche keine 2-Stunden-Show, wo ich dauerhaft eine gute Feder nach der anderen habe. Aber ich muss sagen, okay, das sind unsere Hauptdinger, da kann man gut durchblicken. Und das sehe ich halt aktuell bis auf eben MJF und CM Bank eigentlich fast nirgendwo leider. Ja, meine Befürchtung ist halt, wir sind auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Wir haben Keith Lee, Jeff Hardy, Johnny Gargano, die sind alle saustark, aber das ist das große Problem. AEW schadet sich selbst, weil man eben jetzt schon nicht weiß, wie sollen wir die alle gewinnbringend da einsetzen. Das ist halt eine verflixte Situation, weil natürlich willst du das beste Roster aller Zeiten. Natürlich denkst du dir, boah, jemanden wie Johnny Gargano, natürlich muss ich den in meinen Roster holen. Aber ja, ich weiß nicht. Das musst du halt überlegen. Du hast aber schon Leute wie Darby Allen, Ricky Starks, Sammy, Jungle Boy, Wardlow, MJF, wie sie alle heißen. Auf die willst du dich eigentlich fokussieren. Und jemand wie Darby Allen hat so ein bisschen an Momentum verloren, weil er eben nicht mehr so die klare Linie im TV hat. Ricky Starks hat Momentum verloren. Selbst ein Sammy Guevara hat da was verloren. Jungle Boy, jetzt Titelerfolg gefeiert, aber wirkt auch nicht so groß, wie es mal am Anfang war, weil er auch jetzt in letzter Zeit nicht so wirklich präsent war. Also es ist schon alles eben so ein bisschen eine verflixte Situation. Und jetzt eben Brody King, um da den Bogen wieder hinzuschlagen. Es verdeutlicht halt, der kann an der Seite von Malachi Black ja gut funktionieren, aber muss man den wirklich fest verpflichten? Wird der wirklich allein groß was reißen? Das muss man halt jetzt eigentlich bei jeder Verpflichtung hinterfragen und eigentlich dann, wie du es auch gerade schon gesagt hast, langsam mal den Cut machen. Ja, zumindest hätte man es auch eben auch so machen können, dass man nicht alle Leute direkt fest verpflichtet. Denn AEW hat ja den Vorteil, dass man einfach sehr oft mit anderen Promotions arbeitet. Man hätte auch zum Beispiel jetzt Red Dragon, also Kyle O'Reilly und Bobby Fish, die hätten vielleicht auch zu New Japan gehen können. Und dann sagt man, okay, für die nächsten Monate brauchen wir die, wegen einer Storyline mit Adam Cole. Und dann hat man die halt erstmal bei Dynamite, das wäre ja auch kein Problem. Oder bei anderen Namen, dass man die eben für bestimmte Programme kurz reinholt, für einen Pay-Per-View. Und danach sind die Leute eben nicht nur ein fester Teil des Rosters, sondern man hat eben sehr viele Leute wirklich fest verpflichtet. Und da bin ich wirklich gespannt, wie man da in Zukunft weiter vorgehen wird. Weil ich denke auch nicht, dass es jetzt dann erstmal richtig schnelle weniger werden. Denn ich sehe da jetzt auch keine große Entlassungswelle kommen. Dafür ist auch Tony Khan jetzt nicht, ähm, doch Tony Khan ist schon richtig. Tony Khan, dafür ist er ja auch nicht wirklich bekannt. Er würde dann eher Verträge auslaufen lassen. Genau, eben. Und das braucht dann eben auch seine Zeit. Und deswegen gibt es für mich da eigentlich eben auch nur die Möglichkeit, dass man sagt, man verpflichtet gar keine Leute mehr und entlässt halt mehr Leute. Oder den anderen Weg, den halt dann auch WWE zum Beispiel unter anderem vor einigen Jahren dann eben gewählt hat, dass man halt sagt, okay, wir haben einfach so viele Leute, wir haben aber zu wenig TV-Zeit. Hier habt ihr einfach nochmal mehr Shows und noch mehr Shows. Und dann wäre eben der einzige Weg, der vielleicht noch halt möglich wäre, dass man sagt, okay, Rampage zwei Stunden auf Primetime, auf irgendeinem anderen Tag. Und dann hat man zwei zweistündige Shows und zwei separate Roster. Denn dann würde man es zumindest etwas mehr aufteilen. Aber ob das jetzt für so eine junge Company nicht schon zu früh ist, ist dann eben die andere Frage. Das Ding ist, man muss halt auch sagen, selbst wenn man jetzt Leute entlässt, und es gibt ja eine Reihe, also das wäre ja gar nicht böse, aber wenn du dir überlegst, Angelico, Jack Evans, Marco Stunt, Frankie Kazarian, Michael Nakazawa, Brian Cage, Joy Janela, Kip Sabian, Peter Avalon, Serpentico, Sonny Kiss, Lever Bates, wie sie alle heißen, Brian Cage und so weiter und so fort. Selbst wenn du die entlässt, das macht deine Roster-Situation gerade immer noch nicht besser. Das ist halt das Problem. Also selbst wenn du die jetzt auslaufen lässt, die Verträge, ist immer noch das Problem, dass du, ja, dass du immer noch zu viele Leute hast, weil auch einfach zu viele zu gut sind, um sie eigentlich auch nicht einzusetzen. Das ist halt die Frage, was macht man denn jetzt mit Leuten, die dann eben noch auf dem Markt sind, mit so einem Keith Lee, mit einem Jeff Hardy und so weiter. Muss AEW dann einfach sagen, die lassen wir jetzt auf dem Markt? Also du hast ja gerade schon skizziert, eine Möglichkeit wäre ja eben nicht jeden direkt fest zu verpflichten, sondern vielleicht einfach nur mal bucken, wenn man sie braucht. Das hätte ich mir zum Beispiel bei einem Jay Lethal gedacht. Warum fest verpflichten? Warum nicht mal dann bucken, wenn man es braucht? Das ist halt, ja, es verkompliziert die ganze Geschichte halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie man da weiter vorgehen wird und wie sich das Ganze dann auch in der Show entwickeln wird. Ob man das eben, ja, besser hinkriegt, das wirklich besser aufzuteilen. Aber da musst du halt wirklich einige Leute mal für längere Zeit rauslassen. Also selbst ein Lance Archer war ja jetzt richtig lange nicht da. Den hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass es den eigentlich noch gibt. Und dann haben wir wieder eine Person mehr. Und dann gibt es noch weitere Leute, die eben schon länger nicht mehr da sind. Und die willst du dann auch wieder irgendwann einsetzen. Ein John Moxley ist auch nicht da. Ein Kenny Omega ist auch nicht da gerade. Also es gibt noch so viele Leute. Ein Daniel Bryan war jetzt auch schon seit seiner Niederlage länger wieder nicht da. Also es gibt noch immer so viele Leute, die es eigentlich verdient hätten, regelmäßig in der Show zu sein. Und ich finde es ja an sich gar nicht schlecht, dass man nicht jede Person jede Woche sieht. Aber aktuell sind es einfach trotzdem so viele Leute, dass selbst wenn man nicht jede Woche sieht, dass man trotzdem irgendwie jeden noch einquetschen will. Und das ist einfach leider zu viel, finde ich. Also das ist das Problem, was es da gibt. Also muss man gucken, wie man da rauskommt. Vielleicht wirklich erstmal aufhören, dann zu viele Leute zu verpflichten und auf das konzentrieren, was man hat, auch wenn es schwer fällt. Wir konzentrieren uns auf das, was wir von euch haben, nämlich die Fragen, die reinkamen, die ihr natürlich auch stellen könnt. Patreon.com slash spotfightpodcast. So wie das der B.König gemacht hat. Er hat uns gefragt, was denkt ihr Royal Rumble-Siegerin Ronda Rousey? Was haltet ihr davon? Die Story nach dem Sieg bis WrestleMania? Die könnt ihr sogar ich schreiben. Nico? Ronda Rousey sehe ich erstmal auf jeden Fall nicht den Rumble gewinnen. Ich denke, da hat man aktuell genug andere Damen, die entweder noch zurückkommen könnten. Eine Bailey vielleicht, die von ihrer Verletzung zurückkommt. Sascha Banks ist zwar jetzt eigentlich rausgeschrieben für den Rumble, aber selbst da würde ich ja nie etwas ausschließen, wenn wir an John Cena unter anderem denken. Deswegen, ich denke, man hat genug andere Damen, die aktuell den Rumble-Sieg gut brauchen könnten. Auch eine Liv Morgan oder eine Bianca Belair hätten wir noch bei Raw, die da auf jeden Fall eine interessante Rolle vielleicht einnehmen könnten. Also ich glaube nicht, dass Ronda Rousey den Rumble gewinnt. Sehe jetzt tatsächlich auch. Also einen Auftritt von ihr halte ich erst einmal für unwahrscheinlich und würde sagen, da, ja, sie ist ja auch gerade in der Familienplanung sehr intensiv unterwegs. Deswegen, ja, unwahrscheinlich eigentlich, dass sie kommt. Es wäre eine gute Story, das auf jeden Fall. Und die würde sie auch selber schreiben. Aber dieses Jahr, denke ich, ist das erstmal nicht der Fall. Aber never say never bei WWE ist das ja nun manchmal so. Lokodice fragt, ich habe gelesen, dass WWE den Elimination Chamber Pay-Per-View im Februar in Saudi-Arabien stattfinden lassen will. Dies ist korrekt. Wisst ihr mehr? Ja. Zudem gibt es das Gerücht, dass auch TV-Shows in Zukunft in Saudi-Arabien aufgezeichnet werden sollen. Von diesem Gerücht weiß ich jetzt zum Beispiel nichts. Aber, ja, also, dass die Elimination Chamber, dass die quasi stattfinden soll in Saudi-Arabien, das habe ich schon gehört. Nico, du wahrscheinlich auch. Ja, und wir hatten ja auch die letzten Jahre immer wieder dann mal im Frühjahr, also im Herbst und im Frühjahr eigentlich dann meistens einen Pay-Per-View in Saudi-Arabien. Deswegen finde ich es zumindest besser, wenn man einen eigenen Pay-Per-View jetzt nimmt und den da in Saudi-Arabien stattfinden lässt, als wenn man irgendwie noch zwischendurch einen zusätzlichen Pay-Per-View reinquetscht, wo man dann vorne und hinten nicht mehr zurechtkommt mit den Storylines. Deswegen wäre das zumindest der bessere Weg. Ob ich das jetzt gut finde, dass dort die Events stattfinden, das ist jetzt eine andere Sache. Aber grundsätzlich finde ich es besser, wenn man einen eigenen Pay-Per-View nimmt, als dann noch irgendeinen zusätzlichen reinzuquetschen. Ja, ich bin mal gespannt. Also es ist natürlich, also in Deutschland ist der Name Elimination Chamber ja schwierig. In Saudi-Arabien ein Stück weit tatsächlich auch. Also da, es wird sehr politisch, das will ich jetzt gar nicht groß ausholen, aber es ist auf jeden Fall, man sollte es vielleicht irgendwie anders nennen. Also es gab ja schon ganz wilde Gerüchte, es wird die WrestleMania Chamber und keine Ahnung was, aber da warten wir erstmal ab. Es ist erst dann offiziell, wenn WWE das bekannt gibt. Aber, dass dieses Match in Saudi-Arabien stattfinden soll und man nicht zusätzlich nochmal den Elimination Chamber Pay-Per-View so stattfinden lässt, ja, das mit den TV-Shows habe ich jetzt erstmal nichts von gehört. Könnte eine Alternative sein, wenn man irgendwie den Pay-Per-View am Samstag hat und am Freitag Smackdown, weil das mit dem Fliegen sonst ein bisschen eng wird, dass man sagt, Smackdown zeichnet man auch schon in Saudi-Arabien auf. Ist eine Möglichkeit, kann sein, aber das, ja, muss man auch abwarten. Also da habe ich jetzt zumindest noch nichts so Offizielles, dass ich sagen könnte, es wäre wirklich spruchreif. So, die nächste Frage, die kommt von Aloha. Der schreibt, der AEW-Kader ist dahingehend so voll, dass sie nicht mehr wissen, wie sie die Talente einsetzen. Zwar sehe ich schon, dass bis zum Titelgewinn des Hangmans, so wie auch aktuell mit MJF, Pläne vorhanden waren bzw. sind. Das Gefühl habe ich aber bei der kompletten Upper Midcard, Midcard und Undercard nicht mehr. Das war am Start der Company anders. Meines Erachtens nach sollten sie erstmal das nächste Jahr gar keine neuen Akteure mehr verpflichten und auch die Leute, für die man keine Ideen mehr hat, sollten freigegeben werden. Das war keine Frage, sondern ein Statement, aber ein sehr korrektes Statement, wie ich finde. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Wir haben das, denke ich, eh schon ausführlich besprochen. Also ich finde eben auch, dass wir mit Punk, MJF zum Beispiel eine klare wirklich Feder haben, wie wir das auch vor einiger Zeit bei AEW hatten, aber aktuell sonst rund um die Midcard und alles, was dahinter kommt, ist halt echt ein ziemliches Chaos und da ist es aktuell echt recht schwer durchzublicken. Und ich hoffe, dass man das zumindest Richtung Pay-Per-View hinbekommt. Also ich will auf keinen Fall sagen, dass die Dynamite-Shows schlecht sind. Ich habe trotzdem eigentlich noch viel Spaß an den Shows, aber im Vergleich zu dem, was wir von AEW teilweise gewohnt waren mit den Fäden, finde ich es halt aktuell einfach echt sehr schwer, da durchzublicken. Zach Play, das Fehlen von Moxie und Omega schadet aktuell sehr. Brian hat für mich zurzeit die größte Starpower, einfach weil seine Matches klasse sind. Fabian hat uns geschrieben, zuerst wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr, viel Erfolg beruflich, aber vor allem auch Gesundheit. Vielen lieben Dank. Könnt ihr euch vorstellen, eventuell ein monatliches Format rumt, um die Indie-Szene auf die Beine zu stellen? Ligen wie GCW, MLW, Limitless, ICW, NHB, Action Beyond, liefern tolle Produkte. Mich als Indie-Fan würde sowas sehr abholen. Lieber Fabian, das wissen wir natürlich sehr zu schätzen und wir wissen, es gibt sehr viel Wrestling, auch sehr viel gutes Wrestling, auch bei uns in Deutschland ja tatsächlich. Das Ding ist, also wir mussten jetzt halt schon diesen logistischen Aufwand mit den Rampage-Reviews, mussten wir jetzt schon stemmen, weil es halt natürlich, ja, es ist alles Zeit. Du musst Shows gucken, du musst dich hinsetzen, aufnehmen, Subnates machen, schneiden, hochladen, dies, das, das und auf einmal, zack, hast du irgendwie sechs Stunden Zeit verbraucht. Und gerade für uns, die ja trotzdem immer noch das Ganze ja nicht hauptberuflich machen, da bräuchte es ein paar mehr Patreon sofort, aber es ist auch ja gar nicht das ganz große Ziel, aber das ist im Moment dadurch, dass wir noch 40 Stunden alle mindestens mal die Woche arbeiten, ich meine, ich bin neben der Woche auch noch gut 15 bis 20 Stunden mit Spotfight beschäftigt, da jetzt nochmal Zeit drauf und so weiter. Das ist von der Koordination leider im Moment einfach so nicht möglich. Wir müssen uns auf was fokussieren, dürfen nicht versuchen, alles zu machen, weil das verstreut sie auch zu sehr. Und man muss auch einfach sagen, da ist die Nachfrage einfach auch so gering, dass sich dann der Aufwand eben für uns in dem Fall so nicht lohnen würde. Ich weiß nicht, schaust du irgendeine dieser Ligen? GCW hat ja jetzt die große Show im Hammerstein Ballroom, wo ja auch John Moxley zurückkehren wird, ne? Ja, es ist tatsächlich bei mir eigentlich auch so, dass es zeitlich gesehen einfach echt schwierig ist. Ich versuche, AEW aktuell wieder jede Woche mitzunehmen und selbst da war es bei mir im Dezember, wo ich dann mal mehr zu tun hatte, einfach sehr schwer da wirklich jede Woche alles wirklich mitzunehmen. Da versuche ich gerade bei AEW alles mitzunehmen, weil mich das gerade einfach am besten unterhält grundsätzlich. Dann bei Rorschau ich hin und wieder mal so einzelne Segmente durch und auch bei SmackDown immer wieder mal. Und dann vielleicht noch irgendwas kurz von NXT, MLW, da habe ich auch immer wieder mal reingeschaut, weil da gab es so kurz von Lucha Underground so ein paar Kleinigkeiten, die man da gemacht hat Richtung der neuen Staffel jetzt. Aber auch da habe ich jetzt wieder in letzter Zeit wenig mitbekommen. Auch bei New Japan kriege ich kaum was mit. Wrestle Kingdom war ja auch gerade erst vor zwei Wochen, da habe ich auch eigentlich gar nichts schon mitbekommen fast. Also es gibt so viele Sachen, die man gerne sehen will, aber es ist zeitlich einfach schon schwer, das zu schaffen und vor allem für euch die Reviews dann auch noch dazu zu machen, ist ja natürlich nochmal ein wesentlich schwierigeres Ding. Deswegen Zeit ist halt einfach immer so eine Sache. So sieht es nämlich aus. Und wir haben noch die Frage von Tom. Hallo Tobi, hallo Soldi, hoffe es geht euch gut. Meine Frage, denkt ihr, wir werden immer weniger von Triple H hören in Bezug zu WWE, also ihn nur noch in untergeordneter Rolle im Konstrukt WWE? Oder denkt ihr, es wird sich nochmal ändern? Bin gespannt auf eure Antworten. Haben wir ja vorhin im ersten Block schon soweit beantwortet, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch gesundheitlich wird es sich jetzt sicher erst mal noch erholen und was sich dann ergeben wird, das müssen wir denke ich einfach abwarten. Ja, und es ist also grundsätzlich, auch hier das Bottle bei WWE, everything can happen. Es kann auch sein, dass Triple H ja dann doch irgendwann mal wieder als General Manager installiert wird, was weiß ich. Es ist ja nichts ausgeschlossen, aber jetzt in naher Zukunft auf jeden Fall sieht es erst mal nicht so aus, als wäre das Vertrauen in Triple H so riesig innerhalb der Company. Deswegen, ja, erst mal wird er diese untergeordnete Rolle spielen. Langfristig wird auf WWE wahrscheinlich nochmal eine Position, wo wir sagen, naja, komm, wir haben Triple H, dann nehmen wir den doch. Damit, Nico, sind wir durch mit Hauptkampf für diese Woche. Wir haben mal nicht überzogen, das ist doch auch mal eine fantastische Nachricht. Ich habe generell jetzt einen ganz schönen Podcast-Marathon an diesem Samstag hinter mir. Die Rampage-Review gibt es natürlich auf Patreon. Dann habe ich Raw vs. Nitro schon aufgezeichnet mit dem Maxstar. Die Folge kommt am Montag. Wir haben jetzt Hauptkampf aufgezeichnet. Außerdem die anderen Jungs von Team WWE, der Alex und der Marcel, die haben für euch die Smackdown-Review rausgehauen. Der andere Alex hat Smackdown in zwei Minuten gemacht. Also hier brennt wirklich der Baum. Spotfight rotiert für euch auch am Wochenende. Und ich freue mich dann gleich jetzt Richtung Samstag Nachmittag, Samstag Abend auch mal ein paar Stunden frei zu machen, bevor es dann morgen wieder mit anderem Stuff weitergeht. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Danke an dich, Nico. Auch danke an euch da draußen fürs Zuhören. Lass uns doch gerne Kommentare und eine Bewertung unter diesem Video. Da freuen wir uns sehr, denn Nico hat jetzt die Schlussworte. Ich verbleibe natürlich wie immer mit den besten Worten GW. Genießt Wrestling, sind genauer genommen Buchstaben und keine Worte. Aber das war es erstmal von meiner Seite. Nico schickt euch nach Hause. In diesem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, danke Tobi, dass ich hier wieder zu Gast sein durfte. Und ich werde mich dann auch direkt verabschieden. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen guten Start rein in die neue Woche. Und damit sage ich, viel Spaß noch beim Wrestling schauen, Wiederschauen und Reingehauen. Wiederschauen und Reingehauen und Reingehauen.